Was ist der Lehrstuhlinhaber an der Universität von Cambridge in Großbritannien? Der traditionelle lukasische Lehrstuhl für Mathematik. Ich habe in den 1990er Jahren in Cambridge selbst studiert und anschließend auch promoviert und habe ihn dort bei regelmäßigen Veranstaltungen im Rahmen von Ringvorlesungen, von öffentlichen Veranstaltungen, von Symposien erlebt. Vorlesungen liefen so ab, dass der Vortrag vorher in Textform programmiert war. Er konnte ja nicht mehr selber sprechen. Und der Sprachsynthesizer in seinem Rollstuhlcomputer hat den Text quasi vorgelesen. Stephen Hawking wird vor allem mit dem Gebiet der Kosmologie und der Physik der schwarzen Löcher in Verbindung gebracht. Das ist ein Gebiet, was er nicht begründet, aber doch sehr wesentlich in seiner mathematischen Formulierung und damit Wissenschaftlichkeit im engeren Sinne vorangetrieben hat. Die wichtigsten Erkenntnisse sind die Hawking-Strahlung schwarzer Löcher, also das physikalische Verhalten schwarzer Löcher auf langen Zeitskalen. Wie sie Materie, Energie und Strahlung absorbieren, aber auch wieder abgeben, das war eine grundsätzlich neue Erkenntnis, die von ihm stammt. Am bekanntesten auch in Deutschland ist er geworden durch sein Buch Eine kurze Geschichte der Zeit, die 1988 herauskam. In der Zeit war ich Oberstufenschüler mit Physik-Leistungskurs, habe das Buch auch zu der Zeit gelesen, habe höchstens die Hälfte verstanden. Untrennbar mit seiner Geschichte ist natürlich seine Erkrankung verbunden, dass die öffentliche Wahrnehmung seiner Person auch natürlich sehr geprägt hat. Er verkörpert ja in geradezu tragisch faszinierender Weise das Bild des ganz auf seine Arbeit bezogenen Wissenschaftlers, der sich von der Welt schon selbst entfernt hat. Und das lässt natürlich keinen kalt.